Bayern München steht im Achtelfinale der Champions League und damit als deutscher Klub allein auf weiter Flur. Am letzten Gruppenspieltag verabschiedete sich nach Borussia Dortmund auch RB Leipzig in die Trostausfahrt Europa League. Hoffenheim war bereits in der Qualifikation ausgeschieden. Nur ein Bundesliga-Klub in der K.O.-Phase, das gab es zuletzt in der Saison 2008-2009. Auch damals waren lediglich die Bayern weiterführend konkurrenzfähig. Vor allem bei Vizemeister Leipzig ist man jedoch durchaus zufrieden mit der ersten Champions League-Saison. Trainer Ralf Hasenhüttl sagt nach dem abschließenden 1 zu 1 gegen Besiktasch, Zitat, Ich bin trotzdem stolz auf das, was diese Mannschaft in dieser Saison geleistet hat. Doch unter die Beobachter mischen sich angesichts des enttäuschenden deutschen Abschneidens auch kritische Stimmen. Mike Bartel, Berater von Robert Lewandowski, schimpft etwa auf Twitter, Zitat, Jetzt sprechen sie von einer tollen Saison in Leipzig. BVB und RB haben von 36 Punkten 10 geholt. Verstehe nicht, wo da alles super ist. Da fehlt das sportliche Niveau. Verstehe nicht in der Saisonen. Untertitelung des ZDF, 2020